Leder, Hirschfell, Bisonfell, weiß ich nicht, brauche ich das noch, ne? Braute ich auch, glaube ich, noch Blutviegelstachel brauche ich eigentlich nicht. Wolfsfelle. Cool. Wolfsfelle behalte ich jetzt mal auch. Das ist immer so eine Sache, man muss auch abwägen, was man braucht, was man nicht braucht. Das findet man leider immer, immer zu spät heraus. Leider, leider. Die Beleuchtung ist allerdings ein bisschen nett. Uh, Morgentag, ein Dunkelpilz. Ich hatte auch irgendwie, ach da. Ach, den hatte ich auch noch. Vergessen zu looten, Schande über mich. Nun denn. Ach, wie, sieht eigentlich schon schön aus, aber... ...bringt mir ja momentan nichts, wenn ich nicht auf voller Grafik spielen kann. Weil mein PC sonst abschmiert! Das ist schon ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Oh. Jetzt sag mir nicht, ich vergiss da immer wieder dieses... ...Ding da. Kronstöckel. Ach. Scavenger, yay! Hallo! Auch so ein Schlaf geprügelt. Ich wette, Scavenger hat immer noch hier seinen Spaß mit Elex gerade. Während ich hier jetzt Gothic 3 aufnehme. Oh. Hier geblieben. Nein! Ach, nö. Komm, dann nehmen den hier. Ich fahre ja mal drüber. Was ist das denn? Aha. Jetzt aber. Hm. Ich finde die Beleuchtung irgendwie interessant. Und nicht mal Imposant, aber... ...ja, Sand. Oh, da wurde der... Oh, shit. Guck an. ...ja, das ist ja nicht so, was ist das denn? Hallo! Musik, du brauchst erst gar nichts zu ertönen. Aber jetzt kannst du es immer noch machen. ...ja, an der Küste laufen wir auch nochmal entlang. Habe ich auch stets gemacht. Oh, ich hoffe doch, das ist ein... ...ein... ...ein einsamer Wolf. Ich bin ein Darm. Wie ein Wolf. Natürlich. Da ist noch ein anderer gewesen. Aue. Ganz ruhig, mein... ...mein lieber Freund. Oh. Level up. Interessant. Ich weiß es jetzt allerdings nicht. Äh. Was nun? Eiei, so viele Pflanzen hier. Da haben wir schon wieder einen Herrscherkraut. Ey, zu Anfang werden wir... ...echt hier... ...vollgestopft. Mit sowas. Da ist so Goblin-Behre. Das ist völlig übertrieben. Und irgendwo... ...hier war noch eine Drachenwurzel, soweit ich weiß. Na, irgendwo hier war das doch, meine ich. Oder hatte ich die schon aufgesammelt? ...hier war noch einvielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielf Oh, scheiße. Ich sollte auch ein bisschen mehr auf mein Leben achten, wa? So, was passiert hier? Wildschwein. Und ein paar andere Leute. Banditen anscheinend, wenn die schon auf mich stürmen. Ja, bin ich doch, mein lieber Freund. Wie tragen die hier? Die meisten tragen hier Schilde. Sollte ich selber anfangen, damit zu kämpfen. Ich schreit mal ein. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. So kriegst du mich nicht. So, das war's. Habe ich Dietriche? Ich hätte ja noch kaufen können. Hätte ich noch welche kaufen können, ne? Scheiße. Ich brauche einen Dietrich. Ach, verdammt. Darf ich jetzt wieder zu checken, oder was? Sieht so aus. Im Haus? Äh, was? Ach. Im Haus war jetzt aber selbst nichts drin, oder? Nein. Komm. Dann will ich mal wieder. Ihr willst mich auch verarschen, Dirk. Ich hab doch vorhin nachgeguckt, du streamst halt seit Tagen nicht. Und jetzt... Und jetzt krieg ich die Benachrichtung, dass er doch streamt. Und hier ist ne Truhe. Möchte ich völlig vergessen. Ja, komm. Dann will ich gleich mal reinschneiden hier. Kriegt der irgendwie die Benachrichtigung, dass da jemand bei seinen Sachen rumschnüffelt? Man weiß es nicht. Ja, und zwar ne Ahnung, doch mehr auch nicht. Oh. Ja, kriegen wir den? Kriegen wir ihn? Wir kriegen ihn. Sehr gut. Oh, oh. Ja, wenn man so nicht gut leveln kann, dann weiß ich auch nicht. Hallo? Jack? Wo ist er? Ach, ist er drin, oder was? Wer schläft? Ich komme mal alles aus seiner Truhen. Äh, aus seiner Truhen, ja. Ich komme mal alles aus seinen Truhen. Verdammt. Was ist los? Zeig mir deine Ware. Also, es kann nur eine Sache los sein. Ich brauch die Triche von dir. Und die Wildscheinhauer gebe ich als Dank dafür. Danke. Und zurück. Ach Leute, tut mir leid für so ein Chaos jetzt. Was anderes ist man auch gar nicht gewöhnt. Gewohnt, gewöhnt, wie auch immer. Wie war das? Gewohnt war, wenn man zu einer Tätigkeit gedrängt wird, die man auch nicht gern mag. Gewöhnt, wenn man es gerne macht. Also, so ein Beispiel. Ich bin es... Also, oder ich bin es gewöhnt, Computer zu spielen, weil ich es gerne tue. Ich bin es gewohnt, mich von anderen Leuten verprügeln zu lassen, aufgrund meiner Hässlichkeit. Warte mal, das habe ich doch schon mal gehört. Aber es trifft nur mal auf mich zu, ne? Mehr oder weniger. Hä, was? Du bist doch ein hübscher Kerl. Weißt du das? Oh, hier ist noch eine Truhe. Dann bin ich eben... nicht hässlich, sondern dumm. So, jetzt wollen wir mal die schweren Truhe knacken hier. Wo ich nie direkt meine... Hm, okay. Alles klar. Aber hier, Flammenwelle. Das ist es mir wenigstens wert. Dann haben wir immer noch was Gutes. Ich höre Wölfe. Ach, hier war nur eine Drachenwurzel. Der Wolf hat den Wildsch... hat das Wildschwein getötet. 100 Erfahrungen, Futsch. Ja, als soll's. Aber es passiert ja andauern, dass mir mal was flöten geht, ne? Hm. Im Grab konnte man jetzt nix holen, ne? Ich will jetzt einen Helm haben. Gib mal her. Oh. Oh. Nein, dafür offer ich jetzt nicht die Flammenwelle. Sondern Feuerbälle. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Soll ich ein Problem. Ach komm, den Eich kriegst du auch gut. Nicht. Oh, du schränkter Tropfen. Wie läufst du denn? Wollen wir mal sehen, wie er mich kriegt. Ich weiß nicht. Wie kann man noch hier so stehen, wenn man vom Feind durchbohrt ist? Er kommt mit dem Bogen auf mich zugelaufen. Äh, hat man mich gerade getroffen? Okay. 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 Ich weiß nicht, wie gerade ich habe auch keine Eiltränke und nichts. Scheiße. Komm. Eintopf. Rein da. Ja, mach das. Ich weiß nicht, wie gerade Bibel.